...weite außen herangekommen. Ich habe gesagt, wir haben noch eine zweite Band, die Mundart singt. Diejenigen, die aus Kassel kommen, dürfen sich jetzt freuen, sie verstehen, was hier gesungen wird. Darf ich euch eigentlich duzen? Ich sage mal, Sie, das ist doch mal furchterlich. Ich sage jetzt mal, ihr dürft euch freuen. Auch die Kasselähmer dürfen jetzt verstehen, was gesungen wird. Es gibt den Kasseler Boogie von Darth Vader. Leider ohne Nieder ist es dran heute, aber es ist trotzdem gut. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Kasselähmerplatz. Hoi, 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 hoi. Von Lohin und Febis von uns zum sterbenden Kasselähmer, wo wir ganz in der Löhre gehört. Wasen ist der Kasselähmer Во Wasen ist der Kasselähmerplatz? Wir warten, manchmal werden hallo da München. Wasen ist der Kasselähmerplatz? 150ulozyppa couleur auf, wenn es zu auch tun gibt. One Kasselähmerour stato. Und ich wünsche euch ganz vor�ifischen Zimmer. Wasen ist der Kasseläh Cela пес? Musik 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 Musik